Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 RP Zusammen mit dem kleinen Baby Baby So Freunde, wir haben es jetzt endlich mal geklärt, dass wir endlich mal spielen können Hat ein zweiter knapp 26 Stunden gedauert, hat sogar tatsächlich fast Oh Primär, ich konnte ja spielen, ich wollte nur mit dir zusammenspielen Ui Wo sind Sie da? Nö, ich bin oben Oder haben Sie mich gerade in Game gehört? Ich habe im Auto gehört Nö, das war ich nicht Ein schwarzer Porsche Nö, das ist kein Porsche, das weiß ich Hier ist jemand anderes hergekommen Nö, das war es nicht du Aber ich... Verstehen da Waffenherstellung So, in Game, wo ich sie wieder haben Boah, das habe ich nicht Nö, nö, noch nicht Nö, ich weiß Aber ich habe einen Porsche gesehen, ich dachte, du bist nur bei mir Nö Steht es da halt noch Nö, warte Nö, du musst mich selbst bemühen oder hör mich ab Nö, ich wollte dich gerade ab Nö, mein Lambo kommt gut Funk Wie war das jetzt hier? Hier war es so wieder Steuerung, ne, für die Funktaste Jetzt ist das hier verwirrend Ach nee Das gilt da jetzt hier auch N Das ist der Klobel Ne, das ist für mich stumm Alt ist bei mir Funk Und sie da? Ja Ja Das ist 4,14, ne? Ja Guten Tag, Ronny Das stimmt Mit N kann ich nicht Stimmt, mit N kann ich nicht funken Bin hier Außer selten Ne, da habe ich ihn versteckt Da müssen wir mich nicht sehen Sie Deppen Oh, da habe ich sie zugeschlossen Hallo? Ja, guten Tag Ja, ist hier die alte, ist hier die alte Muskel Sag doch nochmal alt Ne, Steuerung bei mir ja Achso Drüben ist es N-Taste Ja Scheinbar, scheinbar nicht Global Keine Global-Setting Ne, ist überall in Eindungen Und ist da auf jeden Fall Das ist schon mal gut Wie ist die Lust, dass sie gegen Ballern hier Na, ich will nur meine Scheibe frei machen Äh, guck mal Guck mal, wie viel LSGC da ist LSC Ne zwei 13 M-Dealer Und, und Drei Sheriffs Was? Scheriffs? Und, ja Drei Sheriffs sind da Und vier M-Dealer Ja, ihr habt es gesehen Und Swords, also Army ist gar nicht da Ne, können die mich eigentlich auch bewerben dafür Ja Ja Na, das Problem ist, die können ja das Oh, 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 hoffentlich kann ich meine Oder, ich bewerbe mich jetzt seit M-Dealer Dann sind es aber 15 Äh, ich Die hatten aber Ruhe für uns Wir haben ja nichts gemacht Ja, ich weiß nicht, ob Das schon wieder Ja, ich weiß, ob das noch zu früh ist mit bewerben Weißt du Na, warte Wenn wir uns schon bewerben können wieder Na, weiß ich nicht Moshako muss das entscheiden Oder Mishako Moshako Oder Emily Die anderen können keine Leute einstellen Emily Na, Alter Das Spiel hängt da hoch Oh Baby? Ja Alter Was ist das denn? Ah, guck mal wer der ist Hallo Bravo, bravo, bravo Guten Tag Ja Warte ganz kurz Ui, Lenny Lenni 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 macht so, ähm Lennkungen Wie heißt der? Lennkungen Ähm Hey Merh... Micha Tine Kamera ist Wann's Mir? Geht nicht Ich will's Machen wir mal Tau mal dahin, dass das wieder geht Weil der Spiegelgefrust ist bei dir auch? Ja Jetzt hat sich der Spiegelgefrust ausgehangen Lenni Ich gib Geld Ja? Lenni Ich gib Geld Ja? Wer hat die Musik an? Wer hat die Musik an? Komm mal hierher Fahr mal weg Peter Nein Peter Digga nicht Peter Ach ne, nicht er schon wieder ja warte mal kurz ich wollte euch ich bin nur kurz was sagen hallo ich will kurz was sagen ja 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 mechaniker ich werde auch bald eingestellt ja ich fahr doch jetzt auch nicht der schon wieder treffen muss gelernt sein ist in deiner missionen haben sie ein problem meine fresse ja jetzt was mit wo sie wollen wir nachfragen im md wie es halt nicht gibt es noch zu früh neben bewerber also also ich weiß nicht ob das zu früh noch ist ja aber fragen können wir auch schon mal ja klar oder sie ja nix gesehen wollte gerade sagen dass sie da einfach ich hätte ja auch abgeknallt am liebsten jetzt dachte ich mir sie ziehen aus hallo warte wir stellen uns ab ja ich weiß nicht fragt aber nach dass das telefon so anzunehmen denkt er wieder belästern die ganze zeit das hat ja eh nicht abgeschlossen netter versuch ja dann kauft ja 1g arbeiten ja kann ich nie hallo geld wächst nicht auf bäumen na wie geht es euch ja auch gut hier gibt es gar kein taxi unternehmen sonst hätten taxi rufen könnte gibt es hier nicht auf der insel gibt es kein also ja auch sie gibt sie nicht noch nicht zumindest ich glaube nie allgemein gibt es mit taxen vielleicht mal so leute die sie privat mitnehmen also aber sonst eher weniger und wer bezahlt man die sprit rechnung ja meistens der fahrer dann müssen die taxi leute wie es sie zum beispiel bezahlen dann und das waren die meisten aber nicht können sie sich bitte umziehen ja das leitung ist sind bei md ja da hinten an der theke liegt am dresen hallo falls sie reden nicht hallo ja jetzt ich habe einen parker könnten wir uns vielleicht uns bewerben oder kurz ja ja ich fange einmal durch und frage ob gerade jemand da ist ok ja 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 ich würde gerne wir zwei ja ja also so Cobain es hat mich geantwortet mein chef ach ist der wohl der chef da ja ja ok der chef müsste wahrscheinlich nochmal wie sie nicht mit nützen reiten ja ich glaube dem muss er mir noch entscheiden ob das schon soweit es ja Na, komm, setzen Sie sich. Auf Ihren Schoß? Nee, auf meinen Hintern. Wie soll das gehen? Ach, jetzt mal ein bisschen daneben. Ach komm, leck mich doch mal aus. Ich bleib jetzt stehen. Na, warten jetzt. Na, Freunde, ich immer mal kurz Pause, bis der Chef kommt. Oh, warte. Freunde, wir haben einen Lader verkackt. Kannst du einstellen, Schopper? Ja, brah. Guck mal in die Kamera vor. Kunt schon. Na, 13 L. Die können wir uns bewerben. Oh, wir fangen mal Chef. Ja, komm, ich muss durchziehen. Ich muss kracken, oder? Wir müssen uns eh mal entscheiden, früher oder später. Ja, traurig schon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Na, danke, Michael. Bis dann. Ja, bitte. Ist das traurig. Ich guck mal, ob ich den Chef kontaktieren könnte. Schreib ihm sonst eine Nachricht. Nee, der ist nicht erreichbar. Hey, bei einer meinte, der ist da. Na, wahrscheinlich war das gelogen. Wahrscheinlich. So ein Arsch. Mann, der Chef ist nicht da. Wir können uns nicht bewerben. Ups. Ja. Kann ja wirklich sein, dass sie gerade voll sind. Aber man weiß es natürlich nicht. Und dann hat der Chef so... Ups. Ja. Das müssen wir uns schon eh fragen. Dann wird der Chef nochmal fragen. Ach du Scheiße. Dann muss der Chef halt da sein. Moin, Lambo. Hallo? Verkaufst du mir deinen Lambo für 5 Dollar? Was? Verkaufst du mir deinen Lambo für 5 Dollar? Ey, nee. Das war ein guter Witz. Wenn man ihn für 2 Mille. Eher 5 Mille. Nein, 2. Nein, der hat noch einen Puff für dich wert. Nee. Glaub ich nie. Wir sind armes Würstchen. Ich bin Schweizer. Ich habe 5 Millionen auf dem Konto. Ja, warum beschweren Sie sich dann? Sie sagen, wir haben nur 50 Euro? Oder 5 Euro? Ja, ja. Der wagen immer noch einen 5,5 Millionen wert. Ja. Aber ich... Kaufpreis 1 Million. Das ist deswegen... Aber ich mache Ihnen ein Sonderangebot. 2 Millionen. Und das ist ohne Tuning, ne? Oh, ohne Tuning. Ja, äh... Du versaustest du mir gerade. Und was würdest du ihn tunen? Hallo, ich möchte gerne alles tunen. Also mit Tuning kostet... Kostet mehr. Ich möchte... Warte. Ja, genau. Ja, 220.000. Uua. Okay. Ist das immer der... Immer der gleiche Preis? Ich habe mal eine andere... 220.000 an Tuning. Ja, ich weiß. Eine Frage habe ich mal. Ja. Wie viel kostet die Hupe nochmal? Hupe kann ich... Äh, kostenlos. Oh, gut. Ist das egal, welche Hupe? Ja, egal welche. Okay. Hört man dann die Zahlen von Hupe, wenn sie abspielen? Äh, ja, ja. Okay, ich hole mal das Gläht mit meinem Lambo. Bis gleich. Ja, Alter, das geht ja um. Ja, ich weiß. Ich will mit meinem Lambo fahren. Ich bin zu voll zu laufen. Ey, fahr mal ordentlich. Da könnte keiner benehmen. Der Rübst, der hat hinten... Der Meister dahinten hat keine Manieren. Der Rübst die ganze Zeit dahinten. Der Rübst die ganze Zeit dahinten. Der hat keine Manieren. Jetzt einsteigen. Der eine Herr dahinten hat keine Manieren. Der Rübst die ganze Zeit dahinten. Ich weiß. Haben sie das auch gehört? Was ne Fertig? Ich hole mal das Geld bis gleich. Wie Moneten? 220.000, Alter. Kostet eigentlich bis gleiche, komischerweise, ne? Ja. Einmal mehr, einmal weniger. Zum Glück habe ich genug Geld. 240.000. Ich gehe da weg, die blöde Tür. Au! Liegt es nicht gut da unten? Ja. Zum Glück habe ich das. Alter, was ist denn hier los? Hallo! Ja, 230.000, ne? Ja. Wann ich mal her aussteigen, bitte? Warten. 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 Warten Sie. Äh, Brieftasche. Ich ziehe es mal kurz zu. Äh, Geld geben, gell? Ja, ja. Wie viel? 220.000? Ja. Ist ja ein Schnäppchen. Es passt. Ja, ja. Warte, ich mach auf. Oh, das müsste offen sein. Ja, jetzt habe ich das Geld. Ja, jetzt habe ich das Geld. Äh, Brustschirm? Ah, ja. Komm mit. Komm mit. Äh, warte. Ja. Du platzt mich auf keine Bühne mehr freuen, oder was? Oh, doch. Da hinten. Äh, los. Klatsch. Ui, da ist ein, das ist ein PD-Fahrzeug. Empty. Willst du mit Panzerung haben? Ja, alle ist, bitte. Aber Panzerung macht halt langsamer, ne? Ja, kein Problem. Also mit Panzerung. Äh, warte. Oder ohne, ohne. Ja, okay. Eine Sekunde, ich habe ein paar Kopfschmerzen. Ja, die Frage ist, wer hier Peter ist, ne? Äh, nö. Doch, das ist Peter, ja. Ich weiß nicht, was Peter ist. Könnt ihr euch aufhören, mal die Leute zu belästigen? Das nervt irgendwie. Oh, Peter. Wollt ihr Level 5 Panzerung, oder? Also... Meine Güte, Jas. Ja, Level 5, nehm ich. Dieser eine hätte den Nervtigen. Ist Ronny Meyer auch am Link? Hier war ein LSD-Wald. Ja, komm her. Wir sind noch nie. Die, habe ich Kopfschmerzen, ja. Eine sind... Die, so, Tröber. Und hier, ne, alles. Alle, gar nicht. Ja. Es ist doch nur leicht reparieren und mehr nicht. Was ist jetzt gemacht? Warte, ich könnte kotzen. So. Also, äh, was solltet ihr noch haben? Ja. Okay, dann eine Sekunde, ja. Ja. Ich habe fette Kopfschmerzen. Ich habe fette Kopfschmerzen. Ich habe fette Kopfschmerzen. Ich habe fette Kopfschmerzen. hast du schon repariert schlafen gehen er muss kurz power nehmen ich hab's gehört oder alter guck mal denn dann doch naja in der branche der grüne der orangen lambo also nicht der der jetzt das weiß dass das jetzt brauchen mit dem spoiler lassen borsche nein nicht nicht dieser der nebenan der ganz hinten bis bist du lust oder so sehen nur den porsche hier du bist echt blind wieso na guck mal richtig komm mal her meine fresse guck mal ganz hinten geradeaus da ist ein lambo ganz hinten rechts da zum letzten vorletzten nach der jetzt auf hier raus wird wie ist der ach so ja der ja so der habe ich gefressen es ist ein lambo war das war ein bisschen wie ferrari ja schon wir wollen heute mit den chef mal reden nicht da tschuldigung Ich war gerade ein Kollege von Ihnen in meinem Auto, aber der ist weg. Mensch, wie lange brauche ich zu powernappen? Ich frage morgen. Nein. Hallöchen. Ja, genau. Und der Rest. Alles drauf? Ja. Ist sonst alles jetzt drauf? Also ich habe Bupe Fulltune gemacht. Okay, gut. Danke. Ja, danke. Oh, der ist ein bisschen schnell. Bisschen ist gut. Ich weiß, wie schnell der ist. Guck mal, wir sind schon bei 200 gewesen. Na, warte. Alter. Ich würde nicht so schnell aufs Gas gehen. Das geht richtig ab gerade. Ach, wir hätten noch einen Spoiler draufpacken können, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Kann der... Oh. Da war, glaube ich, jemandem umgefroren. Oh! Ich habe schon Kopfspürzen gehabt gerade kurzzeitig. Oh, oder? Alter, ist das super. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Spoiler, weil die halt hier auch drauf machen. Aber guck mal. Ja, muss man. Der ist ein bisschen zu schnell. Der ist extrem schnell. Ich höre hier doch einen Helikopter. Die Bullen sind schon unterwegs hier. Wie, was ist los? Was ist mit ihm falsch? Kommt ihr hierher mit der Alarm-Kurke? Wir fahren jetzt bis über 300 fahren wir fast schon. Aua, ich habe Kopfschmerzen. Ja, hatte ich jetzt auch schon die ganze Zeit irgendwie. Aber nicht in echt, oder? Nee. Ich muss doch mal fragen, wie ein Spoiler. Muss es doch geben hier. Ich kenne mich auch eigentlich. Platsch! Hä? Warte, mach nochmal Lemo, mach nochmal Lemo. Was ist denn für eine Mini-Kutsche da? Platsch! Was machst du eigentlich? Digga, heiße ich nicht. Du wirst doch nicht, wie du heißt. Ey, Jungs, komm mal mit. Ich höre ich aufs. Hey! Da, tsch! Verdammt! Pädere auf, du Penis! Was soll das? Ui, Penis! Penis! Fähnst du wie aus mit deinen Gurken, hä? Was ist denn für dich? Oh, wach! Digga, was ist denn mit dir? Schöne Gurken! Guten Tag! Hat es Peter im Vorder-Sitz hier? Endo! Oh, Peter, je ne? Seit wann seid ihr so viel Geld? Habt immer genug Geld, ich hab drei Millionen auf dem Konto. Drei Millionen? Ich hab 50 Millionen. Ja, ja. Ich hab den Keks. Keks. Glaubst du mir nicht? Ey, lass es! Endo! Lass mich mal... Pädere auf! Ah! Hi! Hi! Oh, Mann! Abkaufen, abkaufen! Ja! Nein, Digga, was ist denn? Sind wir durch? Klatsch! Danke! Schöner Parkplatz! Ja! Da gehört der König hier rein! Dein Auto sieht ein bisschen stimuliert aus! Hey! Könnt ihr nicht fahren? Ja! Der kleine Gurkenmann! Klatsch! Wir haben übrigens auch keine Unterbodenbeleuchtung, ne? Globe ich. Ne. Süß! Was hat er denn da jetzt für ein Problem dann? Oh! Hallo? Sagt wer? Du hast dich gar nichts zu melden. Haben sie mein Auto repariert? Mensch, kannst du mal lassen, ey! Nee, du Nervensäge! Meine Fresse! Deine Mission! Habt ihr irgendwie ein Problem oder sowas im Kopf? Habt ihr irgendwie... Nee! ...kopfgefunden oder was? Ah! Ja, da... Da gehst du auch hin! Schön in die Ecke! Dein ist der Hausgehang! Tschüss! Tschüss! Ja, da treib ich schon raus! Na, Gorka! Oh, nee! Lass das einfach! Ich bin ehrlich, ich lass das einfach! Äh, nö! Boah, das ist auch rumgebracht! Aufzuzeichnen! Kannst du deinen Clip machen? Ja, hab ich! Wie müssen wir es noch im Funk kommen? Ja, dachte ich auch gerade so! Höh, nicht rampeln hier! Oh, hier wird rumgeballert! Weg, 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 weg! Wenn die nicht reinlaufen! Was? Ich will nur mein Auto holen! Achso! Achso! Aber es hat mit in der Sperrzone! Soll ich erwarten? Ja! Oder, warte, kannst mitkommen ein bisschen! Sehr geil! Wir machen uns einen Abflug! Ja! Also halbe Stunde müssen wir zu M.D. kommen! Also sieben! Ah! 19! Das müssen und sollen! Das sollen! Achso! Also müssen wir... Ist das eine Anweisung gewesen? Ne, hab ich gefragt, wann wir uns treffen! Achso! Achso! Dann hat er sagt, so ungefähr eine Perstunde! Jetzt drücken wir aber voll aufs Gas! Achso! Komm! Ui! Komm! Und ich brauch wieder Moneten! Hab mein Moneten! Was sagt? Was sagt der Bankkonto? Leer! 13.000! Arm gefühlt! Ja, armes Fürst! Ja, er ist sicher! Er ist sicher! Ja, er ist sicher! Klatsch! Ach, ich hab grad Kopfschmerzen! Ja! Ich hab auch die ganze Kopfschmerzen! Das ist schlimm gerade! Aber wo ich nichts umgestellt hab im Spiel! Achso, wegen die lags meinst du? Ja! Weck mich! Oh, ein Pfeiflm ab und zu hängt! Keine Ahnung! Wenn ich O.W.R.Pfeiflm beende! Der Opferrat sich verabschiedet, glaub ich! Der Rödel immer noch! Ist doch jetzt egal, oder? Na! War das knapp gewesen? Der hätt ich meinen armen Arsch geküsst! Der hat gesagt, der kann gerade nicht! Hab ja gefragt, wann er kurz zur MD kommen kann! Kann gerade nicht! Hab ich gesagt, wann treffen wir uns so! So ne halbe Stunde! Was ist denn da? Latsch! ja hab nur geguckt ob es geht ab automa zugeschlossen am besten ja unnötig von dem mechaniker was soll das denn überhaupt das gibt eine anzeige ja sag ich dir kann er wissen das wird es wirklich machen überlegen oder ob deiner hat das soll natürlich schmerzengeld geben was gehört na eine million salat gegeben hat schmerz geld ganz ehrlich gesagt hat genug kohle 15 miller und bis so weit wenn er die nicht gelb dann gibt es eine anzeige ja kann ich dann aussuchen ja das gute ist nicht mal kann beweisung und dinks und clips einreichen als beweise das kann man das beweis vorlegen das ist gültig aber du hast da beleidigt man sollte da niemals bleiben aber der fährt schon 300 der ist schon schneller getunt beleidigen ist nicht so dreimal wenn er mich da irgendwie ne irgendwie abhüllt das medics mit über hochholen weißt du was anderes mein das ist halt ja auch nicht gut aber habe kopfschmerzen muss ja auch fahren aufpassen wir können wir gleich weiter sind ok ja warte mal wo wir jetzt hinfahren mechaniker wahrscheinlich ja erstmal beschweren geht schmerzensgeld verlangen ja wenn er dir nicht kippt danach aber schuld denn bevor jetzt sind keine wetter doch teil und tor so kaufen man ruft den leiden und keiner da hallo achso hallo ne wir suchen den auch ja komischerweise wollten die den spoiler montieren lassen haben sie auch nicht gemacht ne da wird mir eh kein macht was er sagt warum war ich lieb war ich war doch immer lieb gewesen ach lustig er gibt noch andere mit dabei die montieren können so ist es nicht muss er hier machen aber das sind die gefühlten gleichen du müsstest mein lambo vorbeibringen weißt du wie ich das meine ja ich glaub das würden sie auch erkennen wenn ich das bin guten abend und der kack ist da also da habe ich ihn richtig erkannt hier mit unserem lamp um funk heute morgen gekündigt haben wo gesagt wurde er wollte kündigen der wollte gar nicht kündigen der kam heute zu mir und meinte dass seine freundin gesagt da kommt nicht rein Das hier ist es hier nicht. Ach ne. Das hier nicht meinst du, ne? Nein, er ist nackt. Medic? Äh! Der ist mir egal. Kann ich anziehen? Den kennen wir doch. Ist das nicht Mechaniker? Ist ihn nicht. Ja, Mechaniker ist hier. Oh man. Oh man. Joa, hallo. Wie geht's Ihnen heute? Ja, sehr schnell. Junge, und zieht sich der wieder aus? Oh man. Herr Officer. Achso. Helferang. Du suchst. Hey, Pidile. 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 Sag mir das nicht. Warte mal ordentlich. Das gibt eine Anzeige. Herr Officer. Meine Fresse. Ich stelle mich am rum. Ja. Die können alle nicht fahren. Na danke. Jetzt habe ich endlich mal Parkplatz wieder. Ach. Die ganze Zeit Kopfschmerzen hier irgendwie. Oh. Lack die ganze Zeit. Lack? Ja, hin und wieder schauen, wie ich mich umgucke. Guten Tag. Schmeckt's? Ja bitte. Ja, ist lecker. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja. Wann kommt der Chef? 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 Wir sind extra früher da wegen ihm. Bitte? Was? Wie bitte? Hab gesagt, wir sind extra wegen ihm hier. M'Chako bist du hier? Warum wegen mir? Sie streiten, dich hochzuholen. Schauen Sie ihn hochholen? Hallo, ich bin der Manuel. Manuel! Die können dich einmal anziehen. Äh, von, ähm, die, warte mal. Warte mal, ich muss Kontakt sehen. M'Chako? Meine Fresse, krieg ich... Mein Lambo ist zu. Mein Lambo kann keiner klauen. Und nackte Leute können sich nicht in mein Lambo reintilportieren. Hallo, darf ich dir was sagen? Guten Tag, Herr, hier. Ja? Hallo? Könnte mich jemand zum LSC bringen? Nö, du kannst ja laufen. Nö, 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 nö. Ja, ganz bestimmt könnte laufen. Ich würde dich ja gerne fahren, aber du hast mich ja umgebracht. Äh, das war erstens der andere. Ich hab dich nicht umgebracht. Du hast aber mitgemacht. Du hast... Du hast gesagt, Hendo oder es knallt. Äh, ich hab's nicht gesagt. M'Dick, 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 M'Dick. Oah! Oah! Oah, ich bin doch... Schnell, schnell! Der denkt sich aus als da hier! Guten Tag! Hilfe, M'Dick! Gib mir jetzt ein Floss, sonst ist die schön in die Suche, Digga! M'Dick, schnell, schnell! M'Dick! und die meyer bitte mitkommen war die meyer ja meine meyer bitte zu mir kommen in md bilder trainer auch schön dass man durchfunken kann hallo könnt ihr jemanden annehmen wegen bewerbung weil wir uns gerne bewerben wollen wir wollen sich zwei bewerben wir wollen sich zwei bewerben ihr sollt am sonntag kommen sonntag na toll ok danke kein verblühen meine fresse ich könnte kotzen vor allem die meyer bitte rauskomm mochaco mochaco kommst du ja ich seh dich nicht mochaco mochaco der ignoriert mich ach nein noch ein doppelgänger ja oh sorry kommst du ja bonnie meyer bitte ein auto einsteigen bonnie wir besprechen uns ja ja hat gesagt wir sollen halbe stunde kommen wir sind ein bisschen zu früh dran oder wann ist die halbe stunde neun war das ja und dann sagt auf einmal sonntag naja ist das ein md kannst du entscheiden hast du mich schon gefragt oder was nee ich habe mir jemanden gefragt gehabt das weißt du ja hohe glück gehabt ja ja meine fresse ich rufe mit chaco an jetzt reicht es ich kotze gleich meine güte der dumm mit chaco sie haben doch na du hast doch gesagt wir sollen halbe stunde kommen ja ja es ist keine halbe stunde vergangen was ich meine halbe stunde vergangen noch nicht ich war ja schon früher da hab ich wenn du es gesehen hast ja ich wäre aber wieder kurz weg weil ich muss ich bin wie gesagt sehr viel beschäftigt ja aber wir wollen ja uns noch bewerben schnell geht eigentlich relativ schnell ja aber ähm ich weiß wir werden inzwischen ähm 18 und 22 uhr ja aber kann man nicht eine ausnahme machen du müsstest eh bis sonntag warten aus dem grund weil wir gerade überfüllt sind weil ich bin dann recht allerdings 2 gebe und allerdings 2 ist gerade nicht wirklich viel platz ach so also sonntag und sonntag wird wieder aussortiert und haben wir wieder platz weißt du und wenn ja also sonntag nochmal kommen ja genau okay okay bis dann alles klar tschüss tschüss oh man wir sollen sonntag nochmal kommen ist so hallo meine güte was ist dein problem wollen sie eine anzeige haben können sie gerne haben meine fresse es nervt man ist dumm jetzt wird lambo gestoßen ist das das war doch mal polizist gewesen er kommt mir bekannt vor lsmd markier mal die bitte die polizeistation meine fresse also sonntag wird noch mal aussortiert ja toll also mein game hängt die ganze zeit was das an den settings eingestellt keine ahnung teilweise cpu gpu auslassen von 98 prozent grafikkarte ja ich weiß müssen hakt mein gmo die ganze zeit so ein bisschen stark wenn es so fünf wohnen abends auch mal so kein wunder da ich nichts offen großartig was soviel performance ziel gerade naja das manager schon das manager nicht mehr offen naja pera spotify medall steam discord whatsapp und da kannst du mir nimmst ja und die spielsettings habe ich jetzt nicht umgestellt so wirklich eigentlich die standard settings wo könnte man die polizei noch dazu was mal zu schärf ist ja ja habe ich gesehen ich weiß nicht ob die jetzt nur da sind ja guck mal kurz für eine settings nicht immer alles auf hoch habe nichts umgestellt aber das lag der übel ist gerade habe ich auch vor der gdr online zu tun haben irgendwas vielleicht dafür lag hier bei mir nichts mehr ja bei mir lag das übel ist ja man sich oder teilweise überlastet vom dings ob es ja dadurch weil das schema denkt drückt mal alt und f4 sehr witzig anstelle doch auf meinen mittel oder niedrig er muss spielneustarten für ist das wieder so schlimm das dauert halt ein bisserl ja und das ist das schlimm aber ich kann sich einfach irgendwo wenn wir mittendrin über spielneustarten weißt du sonst bisher nicht mehr in meinem auto ja wir müssen ja erst wo anhalten ja am besten in einer garage oder so was wir zur not auch irgendwo wo man nicht unbedingt offensichtlich ist also weit verstanden weil man hat nichts gehört also weil ich gestimmt war ja weit verstanden ja die sand ist ja meint sich hier was wollen wir hier anstellen dass ich leute fassen können dann kann man nicht rein warum ist ja anstellen dann gerade das ist das gefängnis ist die bösen buben wir sind doch da werden letztens auch fast gelandet ja na wir haben wir weiter bock miss gemacht das ist noch eine große transporter kam ich glaubt ihr ins staatsgefängnis gebracht haben sie nicht gemacht transporte von der polizei gefängnis gefängnistransporter vom ähm äh von mechanikern ja ich weiß nicht chef hörst du mich ey warum chef ich bin der chef ja genau deutlich gut freut mich wortschack was ist hier lohnt was machen die ist die frage hier und geht auch noch hoch bei der abgeschlossen hat er hier kann man rein hallo hallo ist ja nichts abgeschlossen oder wird naja haben sie aufgemacht weil er sehr ist das ich bin kein chef ja ist auch kein anwesend ja warte ich ruf mal an vielleicht kommen die ambulante oder polizist und in der durchwahl weiß ich gar nicht ach ne persönlich erreichbar lag denn das so ihn auch wie nehmen wir die nummer na die hast du in deinen favoriten drin also die bohlen und ambulante nö nicht erreichbar ja tsch klatsch das sind die spärzunde gefälligst klub schon klatsch hallo hallo was ist dein problem meine frise hallo drück alte vier drück alte vier drück alte vier drück alte vier und enter hast du ja und ich auch was bringt mir das jetzt dass er uns nicht kill kann weißt du das das war schön wenn ich mein spiel neu starten könnte naja weg ah lalalala hat er was gesagt? ich hab nichts zu gehört soll ich guck? ja aber leckt jetzt noch dein stream oder nicht mehr? ne das ding ist ja aus 5m liegt ja in gta wenn man jetzt die gpu auslassen ist auch nur noch 25 ist nur noch aber jetzt gehts runter ja liegt an gta irgendwas ist da bei dir bei 5m beziehungsweise ja f*** mich ui so freunde das war's erstmal bei diesem video lasst ein like und ein abo da wir müssen leider uns am sonntag bewerben was kacke ist kacke naja das auch team besprechung sonntag ja und dann wünsche ich euch einen traumhaften tag bye bye und addi tschüss 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 tschüss